Ich bin ganz unten. Auf außen ist jetzt Platz. Ja. Ja, schade, da hätten sie mehr draus machen. Ja. War rüber gespielt, aber ist okay. Marco steht da immer noch. Ja, wir sollen doch kurz warten. Okay, ich warte hier. Ja, mach mal. Ich hole nur schnell den Ball. Ich lasse holen. Scheint, ich fahre. Ja, warte. Warte. Warte, Markus. Warte. Markus, komm mal zurück. Wo hab ich, Markus? Ja, dein Gepäer. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ach, da. Mofi. Komm doch. Nein. Doch. Ich hab auf den Ball gewartet. Du bist belastig. Klasse, wie ihr da hingeht. Viel mit Auge. Gute Aktion. Jetzt ne Chance. Ja, Mann. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch keinen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Das ist doch mal ein... Was ist denn? Alle liegen am Mond. Oh, ich bin. Sie sind alle tot. Oh, guck mal. Guck mal. Aktuelle Steuern, jetzt also 2 zu 1. Das muss ich machen. Okay. So, jetzt zeig ich das noch mal auf. Fett. Moment mal. Oh. Willst du einen Schneemann bauen? Oh, mein Moppy. Oh, mein Moppy. Oh. Ich werde es genießen. Oh, Moppy. meine stadt expandiert so schnell digga kommt fifa jetzt ja der explodiert sonst auch gleich jemand explodiert expandieren tue ich schon wenn ich das esse der war gut ja der war gut ja ich bin auch da ok genau wie dieses wie wie geht dieses lied was man immer auf tiktok gerade hört dieses mit diesen dieser erfundenen sprache erfundenen sprache ja und mir fällt es gar nicht ein das ist durch tik-tok menschen gibt die sich wie füchse verkleiden what the fox hey die laufen den ganzen tag im fuchs kostüm durch die gegend ich hab doch gar nicht angefordert du bist das kann ich denn damals stehen machen schon seit 2009 das ist ganz einfach denn wenn du die konstellation zwischen sonne lerne und mond betrachtest dann kann sich da eine abseits die schreit aber auch danach ins westhof zu kommen ich will ja auch einer wie hoch kann der spring der springt ja bis nach beirut ja ja ohne große mühe mit so jetzt ist erstmal pause steht hier noch 0 zu 0 ich bin gespannt hier ein team über markus battle auch ganz schön der grund warum der verein fc chipmunks heißt ja genau markus ist der grund was macht markus wenn er ein tor schießt naja markus hat angefangen will das auch markus wie machst du das ja was was macht markus wenn er ein tor schießt trotzdem markus markus sag mal so auch 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 das ganze spiel zu der testen muss er jetzt eh er kann nicht auf dem desktop davon wird ein ganzes best auf ja best auf von b auf b auf wir müssen weil alle so sprechen auch nein bloß nicht mehr so befeuert leute ich bin das ich bin ja markus wie macht der formel 1 wollen waaah 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 Das muss doch nicht geil sein! Das muss doch nicht geil sein! Du bist schlecht! Du Ego! Hier war doch keiner frei! Egal! Egal! Dem Hallo! Der Michael Wendler-Fanclub ist auch am Start! Ja! Dass die alle so klicken, wundert mich nicht, ne? Marco, der letzten Chipmong wird sich reden! Es wird mein kleiner Schwertig sein! Egal! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017